Für mich selber ganz persönlich vielleicht nicht so ganz die richtige Sportart, weil Zielen nicht meine Stärke ist. Spaßfaktor für mich persönlich zwei Smileys, aber ich weiß, dass den Leuten, die hier spielen, das Snookerspiel sehr großen Spaß macht. Teamgeist ist bei Snooker nicht hoch genug anzusetzen. Da vergebe ich vier Smileys, denn ohne Teamgeist lässt sich dieses Spiel überhaupt nicht spielen. Für die Ausrüstung fallen geringe Kosten an. Mit einem Cue und etwas Greide ist es getan. Allerdings fallen monatliche Vereinskosten an, die durchaus etwas höher anzusetzen sind. Da vergebe ich zwei Smileys. Snooker fördert insbesondere mentale Fitness. Allerdings gilt es von den Bewegungsabläufen als zweitschwerste Sportart nach Stab-Hochsprung. Also muss es bestimmt auch mit körperlicher Fitness etwas zu tun haben. Da gebe ich drei Smileys. Nachdem man in den nächsten Mal. Und dann was mit ihnen her Tschüss. Von dem im Theater.